Das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Wir hatten ja zuerst Besuch von einem Redakteur von der Hatz, haben viel erlebt, wir haben die Wahlstudios besichtigt. Ich fand es total spannend, diese ganzen Wahlpartys zu sehen, die man so als Normalsterblicher nie mitbekommt. Man kann ja wirklich überall rein. Was so schön war, wie bei so Festivals, hat man so Bändchen gesammelt jetzt. Zum Beispiel hier Presse für die SPD, für den Landtag, für die Grünen, in blau, keine Ahnung warum. Die ganzen Politiker hautnah zu erleben im Landtag, wenn sie von den JournalistInnen abgefangen werden und in die verschiedenen Studios begleitet werden und wie sich immer um jeden Politiker, der gerade irgendwo rausgekommen ist, eine Menschentraube geredet hat. Ja, wir haben uns jetzt ein bisschen zusammengetan und geguckt, wer hat jetzt welche Erfahrung wo gemacht. Und es war ein schöner Abschluss vom Seminar, genau, und für die Arten. Aber es war total spannend, da mal überall reinzuschauen. Es ist so toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ganz ehrlich, es macht auch total Spaß. Jetzt kommt mal nie. Wir sehen uns dann!